Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play GTA 4. Wir sind jetzt bei der 12. Folge und naja, ihr habt's, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, sicherlich an meiner Stimmung erkannt, dass wir richtig schlecht sind. Oder ich auf jeden Fall. Mann, das hätte ich echt schaffen müssen, die Mission und bin dann einfach gefehlt, weil ich zu langsam auf meine Waffe umgeschalten hab. Okay, jetzt, wir können einfach so oft schon jetzt die Mission wiederholen und das ist schon einfach nicht so gut. In welchem Krankenhaus sind wir denn gespawnt? Ich hoffe, eins um die Ecke können wir ein bisschen Gas geben. Ja, und jetzt? Ja, wir geben jetzt einfach Gas. Ihr schreibt mir bitte immer noch in die Kommentare, ob das euch besser gefallen würde, wenn ich das dann immer, wenn ich jetzt so eine Mission rausschneide und ich sterbe an einer Stelle, ob ich dann einfach bis zu der Stelle, wo ich wieder bin, einfach cutten soll und das dann einfach offscreen quasi machen soll, damit das für euch nicht allzu langweilig wird. Oh, und ja, das könnt ihr mir gerne sagen. Ja, oh, jetzt geht doch weg, ganz im Ernst. Die Maut juckt doch keinen. Wer zahlt die auch? Als ob ich fünf... Als ob ich dafür aus... Als ob ich dafür zahle, dass ich da rüber darf. Nein! Wie oft hätte ich jetzt schon zahlen müssen? Mein ganzes Erspartes war weg. Ich will doch unbedingt mit dem Geld mir, mit meiner Michelle, ausgehen. Oder wisst ihr das etwa nicht? Wann wäre ich eine halbe Weltreise? Ach du Scheiße. Oh Gott. Na, das kann ja mal was werden. Für sowas sollte ich einfach ein Thema haben, über das ich reden kann. Yay! Roman ruft an. Essen gehen. Ne, wie tue ich das nochmal wegmachen? So. Bitte. Ich muss mir das echt mal nochmal irgendwo anschauen, wie man das... Wie man das weg... Wegtoten kann. Ich will nicht mit dir essen gehen. Ich bin nicht schwul. Ne? Tu doch nicht so. Und jetzt hör auf. Hör auf. Belästig mich nicht. Ich hab deine SMS gesehen. Ich hab keine Ahnung, wie man die weglegt. Ich muss das mal schauen, weil ich hab damals einfach nicht aufgepasst, weil ich dachte, das ist ja unwichtig. So, jetzt sind wir endlich wieder da. Ja. Ja. So. Willst du mich eigentlich verarschen? Fahren wir halt nochmal so, wenn's denn unbedingt sein muss. Und hier rein. Ja. Okay, ich hab zu Fuß da. Mein Gott. Hallo. Nein. Ah, okay. Ich musste den Anruf annehmen. Ja, das kennen wir schon. Dankeschön. Gut. Nein, ich hol Roman jetzt nicht ab. Ich mach jetzt die Mission. Und jetzt kenn ich einfach, ich kenn die Strecke jetzt einfach wirklich auswendig. Wie oft bin ich die jetzt hin und her gefahren, wenn ich jetzt sterbe. Dann sag ich euch. Dann hat das aber Konsequenzen. Wir haben jetzt nämlich, haben wir jetzt eigentlich schon mal eine Mission ausgelassen. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Wir haben halt, wir haben die nicht mehr über, wir haben die halt einfach so lange probiert, bis wir es geschafft haben. Komm, oh, das Auto ist eigentlich voll schön. Was ist das eigentlich für eine? Ich kenn mich in Autos einfach nicht aus, in GTA. Im echten Leben zwar auch nicht, aber naja, was soll's. Das wisst ihr nicht. Hoffe ich mal. Ja. Und dann geben wir mal Gas. Hui. Und jetzt kommt hier wieder, wer sich dran erinnert, in der letzten Folge. Och, du Scheiße, wo ich so sexy rumgedriftet bin. Im Auto hat das noch nichts gemacht, wie es aussieht. Gut, dann geben wir jetzt einfach, oh, hier kommt die schöne Brücke. Und komm, wir fahren jetzt einfach so. Oh, ich hab da Lust drauf. Und ich denk immer, wenn ich hier ein Mausrad mach, dass ich hier die Sicht verändern kann, weil das bei GTA 4 halt so war. Aber, das ist Einbildung. Gut. Und über den See drüber. Und jetzt leitet mich. Ich muss jetzt schauen, dass ich nicht wieder so scheiße an der Maut baue. Oh, da sind wir schön dran vorbeigefahren. Diesmal fahre ich, ja, diesmal bin ich einfach jetzt schon raus. Da vorne kommt zwar noch ein Polizeiwagen. Oh, ein Motorrad. Vielleicht habe ich zwar schon runtergenommen, aber ich kann jetzt, ich kann jetzt schle... Ach, du Scheiße. Nein. 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 Halt ja, ja, ja. Oh Gott, wenn jetzt von vorne eine Polizei kommt, bin ich einfach... Am Eimer. Und ich kann einfach nicht mehr fahren. Und ich vergesse eigentlich, ich kacke das einfach immer mit den Fahndungsleveln. Oh, wer steht denn da so heißes? Ah. Ich könnte jetzt theoretisch schießen. Und hier habe ich doch in der letzten Folge gewartet. Kann man das jetzt heute wieder machen? Ja, guck, ich bin schon wieder draußen. Komm, benutzen wir das Versteck einfach zweimal. Kann ich da jetzt wirklich schießen? Ah, nice. Oh Gott, wir haben nur so viel Muni. Das ist schon nichts zu Gott. Hier war das doch. Das war sie einfach auswendig. Von letzter Folge. Weil ich einfach so geil bin. Nein. Weil ich einfach die Mission schon so oft gemacht habe. Und jetzt kann ich den zum dritten Mal einfach... Nee, doch, zum dritten Mal jetzt einfach nachrennen. Und ich weiß einfach schon, wo der hinrennt. Und ich kriege Kopfweh, wenn ich dann denke, wie schlecht ich bin. Und ihr Arme müsst es euch anschauen. Gut. Endlich. Wir haben hier einfach so viel Schuss drauf. Ich könnte euch mit der Shotgun, aber da haben wir fünf Schuss. Da haben wir einfach richtig krass viel. Gut, ich nehme das jetzt einfach und wechsle dann später die Waffe und ich sehe einfach nichts, weil mich die Sonne so blendet. Komm, komm, komm. Ah, hier war vorher ein Auto, gell? Oder war das so schweizt da hinten? Jo, er läuft bei mir. Ja, aber wenn der mich gesehen hat, wieso greift der mich da nicht gleich an? Wenn der eh denkt, der wäre so babbo. Hä, wieso könnt... Ja, das war... Okay, das passt. Ich dachte, das war bloß vorher so gewesen. Also wenn ich den jetzt erschieße, mich würde es so brennend interessieren. Dann müsste ich die Mission einfach zum vierten Mal machen. Oh, ich sehe nichts. Gut. Oh, Mann. Ich feiere es. Wie kann ich mir eigentlich neue Munition kaufen? Das würde mich auch mal gerne interessieren. Kann ich das in dem Waffenladen machen? Oder wie sieht denn das aus? Da ist er doch. Nummer eins hoch. Da läuft er. Und jetzt. Gut. Du musst nicht kommen in hier. Was hast du dir gemacht? Ich müsste dann zweimal nach rechts. Gut, den einen haben wir. Oh Gott. Oh Gott. Zu wie viel sind die? Gut, den haben wir. Gut, es leben noch zwei. Und wir haben nun mal so arg viel Leben. Jetzt hat sich schon wieder GTA geschlossen. Was ist da los? Ich kann einfach so verschneiden. Info. Info. So. Was ist da los? Los. Platz doch nach. Hä? Jetzt ist der tot. Und der andere? Endlich. Oh. Gott, war das knapp. Gut, jetzt können wir wieder gehen. Aber die Mission ist noch nicht geschafft. Nicht nach oben. Dankeschön. Ja. Und was ich jetzt hier noch machen will. Was ich eigentlich schon in der vorigen Folge machen wollte. Sagen wir jetzt nicht. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Aber theoretisch sind ja auch überall Toiletten. Aber ich dachte gerade mein Akku wäre leer vom Handy. Das ist ja, das ist komisch. Och Mann. Jetzt muss ich euch ja sagen, was ich machen wollte. Ich wollte eigentlich ein paar Leute erschießen. Aber das funktioniert irgendwie nicht, oder? Die sind alle irgendwie weg. Get this back. Yeah. Gut. Dann laufen wir mal zurück. Ich weiß nicht, lohnt es sich das jetzt noch eine Mission zu machen? Wir könnten auch ins Fitnessstudio oder so gehen. Wenn wir gerade dabei sind. Gib mir da ein Mobile Phone. Geld. 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 Lady Jacob ruft an. Ey. Apropos. Okay, mein Mann. Wie geht's? Okay. Ey. Jetzt hab ich das weggedrückt. Job im Menü. Komm, wir machen jetzt mal Arbeit. Das ist ne gute Idee. Nico, was ist los? Wieso versetzt du mich? Trogendealer und Morder wichtiger als die Zeit mit der Familie zu verbringen. Roman. Fuck. Ähm. Wie krieg ich das weg? Ah. Ähm. Nein. Bleib doch stehen. Ach Gott, die Polizei. Ja. Oh. Das hab ich gar nicht gesehen. Gut, dann geben wir jetzt hier mal volle. Keine Gas zu Roman. Ich glaub, der hat uns. Der hat jetzt keine Lust mehr auf uns. Dann gehen wir mal in unser Hotel. Zu Faustin. Russischer Laden. Restaurant. Oh, Versteck. Wieso sag ich euch immer Haus? Und das ist eigentlich die korrekte Bezeichnung. Versteckisch. Und yeah. Jetzt drehen wir und keiner hat's gesehen. Oh Gott. So. Hä? Hat's doch grad hier mit Nico gestritten. Wir haben zwei Wanted Level. Ich glaub, bei drei jagen die einen sogar mit dem Heli. Ja, was haben wir eigentlich grad angestellt? Ach, du Scheiße. Schnell weg hier. Und ich seh nix. Hier müssen wir hoch. Kann ich... Wie mach ich denn ein Fernlicht an... Nein! Nein! Ich dachte, ich kann mit F... Wie fernlicht... Das Licht anmachen. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt Scheiße baue, bin ich Arsch. Oh Gott. Was mach ich hier eigentlich? Ich kann mich... Kann mich hier nicht mehr zusammenreißen. Hast du hier jetzt nicht so einen Scheißbau? Komm... Ja, gut. Und da warten die... Die wissen... Oh mein Gott. Aber das war schon... Gut, dass die Politiker in Deutschland nicht so schlecht ist. Und der Reis geht einfach nicht weg. Wenn ich einfach zu viel Wanted Sterne hab. Und ich glaub, mit Wanted Sterne kann man sich... Kann man Spinnig speichern. Oh, und da kommen die einfach zu zweit. Jetzt muss ich überlegen. Nee, ich überlege nicht gern. Och, komm. Und ich fahre immer wieder... Oh Gott. Der Kreis verschiebt sich immer wieder... Zu mir hin. Was ich nicht so geil feier. Und ich geh... Ich mach jetzt einfach YOLO. Ich fahre jetzt einfach immer gerade aus. Okay, jetzt dann links. Nein, das war eine Ausfahrt zu früh. Ach du Scheiße. Bitte nicht, wenn ich eingesperrt werde, sind meine Waffen weg. Bin ich mir ziemlich sicher. Och, komm. Zu viel Para habe ich nicht. Wo fahre ich hier hin? Ich fahre irgendwo nirgendwo. Aber wir können ja ein bisschen Map erkunden gehen. Wieso denn nicht? Wir haben sie abgehängt. Nein, du. Da kommt noch einer. Eine andere Straßenseite. Yeah. Wir haben es geschafft. Lauf bei uns. Yeah. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay, gut. Dann fahre ich jetzt in mein Versteck und beende die Folge. Wenn ich hier schaue, wie komme ich eigentlich im Schnellsten wieder runter von der... Oh Gott, ich bin total um den Weg gefahren. Wir fahren jetzt einfach einmal außenrum, aber das machte ich nichts. Oh Gott. Und die Folge wurde dann wieder viel zu lang. Aber naja, wir haben jetzt eigentlich zwei Folgen, glaube ich, geschafft in der ganzen... In den ganzen zwei Folgen. Oder drei. Ich weiß es nicht, wie wir es gemacht haben gerade. Ähm. Auf jeden Fall haben wir jetzt eigentlich schon. Wir haben jetzt eine andere Waffe. Das ist doch alles vorteilhaft. Ich kann gerade nicht. Sorry. Bin gerade... Bin gerade beschäftigt. Mit Fahren. Und so wie alle wissen, man darf einfach, während man fährt, man darf da nicht annehmen. Entschuldigung. Rufen wir einfach nachher nochmal an. Was bedeutet eigentlich das Puh von dem... Menü... Nachrichten. Oh Gott, sonst eine ganze Nachricht. Was geht ab? Nicht gut hängen. Na ja, wenn nicht gut geht. Okay. Ja, wie immer. Wir regeln das jetzt alles nächste Folge. Das Stadtleben von Liberty City. Wieder etwas aufzufrischen. Weil ich würde das nämlich gerne hier so schön speichern. Weil ich Angst habe, dass danach meine Waffe sonst schon mal da ist. Und ich finde es echt gut, dass mein GTA die ganze Zeit sich schließt. Immer sobald ich irgendwie am Umschalt tasche und leer tasche oder sowas drücke, schließt es sich. Das Problem ist, weil ja dann, weil das sich kurz schließt, tut Fraps die Aufnahme kurz beenden. Und startet die dann wieder, wenn GTA geöffnet wurde. Ach du Gott. Ich sollte vielleicht mal aus meinem Wagen raus... Mann! Nein! Natürlich, ich merke es zu spät. Oh, komm schon. Wie schlecht ich bin. Habe ich meine Waffen noch? Ja. Profi, würde ich mal sagen. Ach, das ist Polizei. Das kann ich nicht einfach so. Ach komm schon, das ist doch scheiße. Was mache ich eigentlich? Polizei. Jetzt, Alter. Der da hinten gehört nicht zur Polizei. Ja. Ach komm. Ey, mein Auto brennt einfach und ich sehe das nicht. Ich habe es schon bemerkt und dann gerade eben sehe ich es. Und dann. Oh Mann, die Stelle war aber irgendwie witzig. So. Ich bin, glaube ich, der schlechteste GTA-Spieler auf der ganzen Welt. Na jetzt, warte doch. Ich bin schon wieder im Auto. Weißt du, könnte ich mir auch ein bisschen was helfen, Little Jacob? Puh. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ich krieg noch, ich krieg noch Ratsch da. Gut, jetzt sind wir aber da. Das kommt mir mal bekannt vor. Ja. Komm, vielleicht ist das ja schon die Zielgerade. Oder auch nicht. Ja, klar, genau. Das passt. Wir sind am Ziel. Gut. Dann haben wir es endlich auch geschafft. Nach Hause. Und jetzt hier noch Abschlussdriftung. Yeah. Schön an so einem Haus vorbei. Ich mag das. Hier so zu fahren wie so ein Behinderte. Nichts gegen Behinderte jetzt in dem Fall. Aber. Ihr wisst, was ich meine. So. Gut. Dann hier hoch. Und rein ins Bett. Und dann drück ich F und das will so speichern. Und ich bin jetzt echt total fertig. Weil mich die ganze Zeit hier die Sonne so blendet. Und ich immer die Hand so vor meinem Gesicht hab. Dass die Sonne mich nicht kriegt. Und ja. Crime and Punishment. Überspeichern wir. Äh, überschreiben wir. Gut. Dann haben wir es geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen von dieser Folge. Wenn die euch gefallen hat, könnt ihr es gern mit einem Daumen nach oben mir zeigen. Und ja. Dann hoffe ich, es hat euch so gefallen. Dann sehen wir uns nächsten Montag wieder. Bei einer neuen Folge. Let's Play GTA 4 Liberty City. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Und ich hoffe, der hat das jetzt gerade schon gespeichert. Sonst wird das ein bisschen doof nächste Folge. gearbeitet, der hat's hingekriegt. Bis dann. Macht's gut. Ciao.